Herzlich willkommen bei MobiFlip. Mein Name ist Oliver und das ist das OnePlus 5. Das OnePlus 5 oder auch OnePlus 5 wurde vor ein paar Tagen vorgestellt und ist mittlerweile auch über den Online-Shop in Deutschland erhältlich. Es wird in einer Version für 500 Euro in Grau und in einer Version in Schwarz für 560 Euro angeboten. Auf die Unterschiede gehe ich nachher noch mal genauer ein. Uns hat man ein schwarzes Modell für den Test zur Verfügung gestellt. Die Verpackung des Gerätes ist schlicht und auf der Seite sieht man auch schon, worauf der Fokus im wahrsten Sinne des Wortes liegt, nämlich der Dual-Kamera. Doch darauf werden wir auch im Laufe des Testberichts dann noch näher eingehen. Hier soll es erstmal um ein Unboxing vom Gerät gehen und ich möchte euch mal kurz zeigen, was so in der Verpackung unter anderem zu finden ist. Natürlich das Gerät selbst, doch man findet auch, wenn man die erste Ebene abhebt, ein Foto. Das wurde mit einem OnePlus gemacht und hinten drauf gibt es noch eine kleine Botschaft vom CEO persönlich. Ja, ist eigentlich eine ganz nette Begrüßung. Und dann noch das Netzteil, welches Dash Charge unterstützt. Das bedeutet, es ist eine Art Fast Charging, also ein Schnellladestandard, mit dem ihr das Gerät besonders schnell aufladen könnt. Und dann gibt es noch das passende USB-A auf USB-Typ C Kabel, denn das OnePlus 5 selbst besitzt einen USB-C Anschluss, allerdings USB 2.0. Und ja, da könnt ihr das Kabel dann quasi reinstecken. Außerdem gibt es noch die üblichen Flyer etc., die man dann in der ersten Ebene findet. Und so einen kleinen Nupsi, mit dem man dann den Slot für die SIM-Karte öffnen kann. Und ja, natürlich, die Flyer lesen sich vermutlich die wenigsten von euch noch durch, sind auch, glaube ich, relativ überflüssig geworden. Aber es ist immer mal ganz nett, wenn man noch so ein paar Flyer hat und weiß, was man als erstes machen muss. Das OnePlus 5 selbst besitzt einen Snapdragon 835 und ist somit auch eines der ersten Modelle mit dem Prozessor. Man kann es wahlweise mit 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher und mit 6 oder 128 GB Speicher kaufen. Und ja, ich habe ja schon anfangs erwähnt, das sind dann die beiden Modelle, das macht den Preisunterschied aus. Auf der Frontseite findet man ein 5,5 Zoll großes AMOLED-Display, welches mit Gorilla Glass 5 geschützt wird. Auf der linken Seite die Tasten für die Lautstärke und noch so einen kleinen Alert-Slighter nennt man das. Damit der besitzt drei Stufen und damit kann man das Gerät lautlos oder laut oder auf noch eine dritte Ebene schalten. Und auf der rechten Seite befindet sich der Power-Button. Oben befindet sich nichts, da ist das Gerät komplett clean gehalten. Und unten gibt es dann noch den Lautsprecher, den erwähnten USB-C-Eingang und auch einen 3,5 mm Eingang, falls Leute von euch noch Kopfhörer mit Kabel benutzen. Die Rückseite ist sehr clean gehalten, lediglich das OnePlus-Logo und die Dual-Kamera und natürlich der Blitz. Sieht auch schon mal sehr gut aus und ich würde hier auch schon mal direkt sagen, dass ich die Version in schwarz bevorzuge. Auf der Frontseite gibt es weiterhin einen Power-Button, der den Fingerabdrucksensor beherbergt. Links und rechts davon findet man Touch-Tasten. Und wie man hier vielleicht auch ganz gut sieht, das Gerät wird mit einer Display-Folie ausgeliefert. Die ist eigentlich ganz gut. Ich habe sie trotzdem für den Testbericht mal entfernt, weil ich persönlich immer gerne den besten Eindruck vom Display bekomme. Aber ich glaube, man kann sie auch drauf lassen, wenn einen das nicht stört und man bekommt quasi automatisch schon mal ein bisschen Schutz für sein Display. Der Akku besitzt übrigens 3300 mAh, das habe ich vorhin jetzt noch vergessen zu erwähnen. Das Gerät ist 7,25 mm dick und wiegt 153 Gramm. Ihr seht hier gerade den Einrichtungsprozess und da möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass auf der Rückseite, das ist eine Dual-Kamera, die ihr vorhin gesehen habt, einmal mit einer 16-Megapixel-Weitwinkellinse und einmal mit einer 20-Megapixel-Telefoto-Linse. Ja, das Gerät selbst läuft mit Android 7.1.1 Nougat, also quasi fast der aktuellsten Version von Android, aber ich glaube die aktuellste, die man benötigt. Und darüber befindet sich dann das OxygenOS, das ist quasi eine eigene Oberfläche von OnePlus. Aber ich glaube, ihr seht hier auch schon ganz gut beim Einrichtungsprozess, ich richte hier mal noch eben den Fingerabdrucksensor auf der Frontseite ein, dass das eigentlich eine relativ cleane Oberfläche ist und sehr stark an das normale Android erinnert und nicht besonders stark angepasst wurde. Der Home-Button lässt sich übrigens nicht drücken, also es ist nur eine Vertiefung. Man bekommt eine Art haptisches Feedback, wie man das vielleicht auch vom iPhone und anderen Geräten kennt, die quasi ein Klicken simulieren und das fühlt sich eigentlich wie beim iPhone an. Das ist so eine Art, ich glaube, Apple hat das Taptic Engine genannt. Es ist ein haptisches Feedback, was so ein bisschen Klicken symbolisiert. Und wie gesagt, links und rechts davon sind die Touch-Tasten, die man jetzt hier gar nicht erkennt. Die werden mit so einem kleinen leuchtenden Button signalisiert, links ist zurück, rechts ist Multitasking. Aber man kann auch die Belegung tauschen, wenn man das möchte. Ja, ich habe ja mal die Displayhelligkeit auf ganz hoch gemacht, denn das Display ist durchaus beeindruckend. Das macht Spaß und zeige euch mal noch ganz kurz, dass hier auch wirklich Android Nougat installiert ist. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es sich um ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display handelt, also keine QHD-Auflösung wie bei den meisten anderen Herstellern mittlerweile auf dem Markt. In den ersten Minuten muss ich sagen, das macht gar keinen großen Unterschied. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht unbedingt Virtual Reality und sowas nutzt, dann ist das auch wirklich egal, ob das jetzt QHD oder Full-HD ist, solange die Displayqualität stimmt. Und ich würde sagen, die stimmt hier durchaus. Allerdings muss man auch dazu sagen, OnePlus ist ein Hersteller, der noch nicht eines von diesen Geräten besitzt, welche fast keinen Rand haben. Also, wie ihr seht hier schon ganz gut, wenn man das nutzt, das Schwarz vom Amonet-Display, geht zwar so ein bisschen in das Schwarz vom Rand über, aber man erkennt dann doch schon den relativ breiten Rand oben und unten. Und ja, OnePlus hat sich dazu auch schon geäußert und hat eben gesagt, man besitzt nicht die Kapazität eines von Samsung oder von LG und kann hier auf eigene Werke zurückgreifen. Man muss quasi nehmen, was der Markt bietet. Und da war es für OnePlus nur möglich, das gleiche Display des OnePlus 3T zu nehmen. Und ja, daher haben wir hier wieder ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display, welches allerdings immer noch ein sehr guter Stand im Jahr 2017 ist. Nur wie gesagt, ich möchte hier an dieser Stelle erwähnt haben, es kann nicht ganz mit einem LG G6 oder Samsung Galaxy S8 mithalten. Aber dafür ist das OnePlus 5 auch zumindest jetzt in der UVP in eine Ecke günstiger. Im Einzelhandel mittlerweile nicht mehr ganz, da wird es sogar vom LG G6 unterboten. Aber darauf, auf das Preis-Leistungs-Verhältnis möchte ich dann nochmal näher in unseren Testbericht eingehen. Jetzt hier im ersten Eindruck soll es mal nur um die Basisdaten gehen. Also 500 Euro zahlt man und das ist das, was man dafür geboten bekommt. Und ich würde sagen, das ist beim OnePlus 5 durchaus solide. Es ist kein Modell mehr, welches den Markt angreift und vielleicht sogar die Flaggschiff-Modelle deutlich unterbietet. Ich würde sagen, es ist mittlerweile fast auf dem Stand angekommen. Besitzt allerdings einen fairen Preis und keinen komplett übertriebenen UVP-Preis von 700, 800 Euro. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Galaxy S8 und Coda mittlerweile auch nur noch in der UVP in den ersten zwei, drei Tagen so teuer sind und danach ähnlich teuer im Einzelhandelssinn. Es fühlt sich gut an, nicht unbedingt direkt wie das iPhone 7 Plus. Also auch wenn es optisch vielleicht ein bisschen so aussieht, es besitzt dann doch nochmal ein kleines bisschen andere Haptik. Natürlich viele Elemente, die man vielleicht vom iPhone kennt. Ich habe allerdings nur ein iPhone 7 zum Vergleich da und keinen 7 Plus. Da sieht man dann nochmal den kleinen oder nicht den kleinen, etwas deutlicheren Größenunterschied von einem 4,7 zu einem 5,5 Zoll großen Display. Aber man sieht, OnePlus kämpft hier noch mit der gleichen Eigenschaft wie Apple in den letzten Jahren jetzt gekämpft hat mit einem relativ dicken Displayrand. Es fühlt sich aber trotzdem gut an. Es besitzt ein gutes Display und eine sehr solide Ausstattung, die sich, glaube ich, im Sommer 2017 sehen lassen kann. Ich persönlich bin jetzt allerdings mal gespannt, wie sich das Gerät im Alltag schlägt. Denn der Preis ist teurer geworden und wir haben mittlerweile das Level von anderen Flaggschiffen erreicht. Und da muss dann OnePlus vor allem auch vielleicht mit der Dual-Kamera schon überzeugen. Doch, wie gesagt, dazu mehr im Testbericht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.